Hallo zusammen! Duzen oder siezen wir uns? Das ist nur eine von 99 einfachen Fragen, die ich in meinem neuen Buch 99 einfache Fragen beantworte. Dieses Buch ist besonders, denn hier ernte ich die Früchte meiner unaufhaltsamen Beharrlichkeit. Denn immer wieder, also genauer gesagt in den beiden Büchern davor und im Podcast zu den beiden Büchern davor, habe ich dazu aufgerufen, mir Fragen zu schicken. Und das haben tatsächlich Menschen getan. Das Ergebnis ist, 33 von diesen 99 Fragen sind nicht von mir und ich habe sie trotzdem beantwortet. Annette wollte zum Beispiel wissen, woran merkst du, dass du erwachsen bist? Und Max fragte, Nordsee oder Ostsee? Und Lena beschäftigte die Frage, altert man noch, wenn man gestorben ist? Lena dachte zum Beispiel an ihre Schwester, die im Alter von sieben Jahren gestorben ist. Und weil Lena erst vier Jahre später geboren wurde, fragte sie sich, ob sie ihre Schwester im Jenseits als siebenjähriges Kind treffen würde oder als eine Frau, die elf Jahre älter ist als Lena. Das ist eine gute Frage. So wie alle anderen 98 Fragen in diesem Buch. Fragen wie zum Beispiel, kannst du mehr richtig oder mehr falsch machen? Oder, was ist das seltsamste Geräusch, das du je gehört hast? Oder, wie alt wärst du, wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist? Alles Fragen, die zugegebenermaßen nicht ganz so einfach sind, wenn man länger darüber nachdenkt, aber genau das ist ja das Schöne, also das Nachdenken. Und dass es keine falschen oder richtigen Antworten gibt. Viel Spaß damit! Und sollten wir uns bei einer Lesung treffen, sprecht mich gern auf Frage Nummer 74 an.